Startschuss 400 Meter 400 Meter Frauen 400 Meter Der Frauen so jetzt hat es gedacht Ottomansweihe Larissa Kaufmann Festkampfgemeinschaft Karlsruhe Bahnreihe Maiken Wildner aus Köln Wampje Julia Koser Team Dresden Waffen Caroline Thienköhner DG Köln Und auf der Bahn 6 Isabel Stein Wettkampfgemeinschaft Darmstadt Wettkampfgemeinschaft Darmstadt Wettkampf 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 32 Entführung Julian Koser Team Dresden Sie führen das Feld an Und sie gewinnt in 55,6 0 Sekunden inoffizielle Siegerzahlen Und weg ist das Feld Wann aber gefährlich wären die Nein, da ist noch nicht da mitzunehmen.